so und hallo herzlich willkommen zu meinem ersten slither.io let's play auch in die meisten wahrscheinlich sowieso wissen was jeder gemacht hat und blablabla erklärt noch mal alles will ist schuldig schuldig gar nicht jeder muss ich ja wir spielen ich weiß nicht ja okay und da geht es darum ja okay da ist schon eine verrückt man kann ein kleines zeug auffressen das sind so große viecher die sterben können die steuerung zu scheiße eingestellt und bin gestorben ja ihr seht die finde ich wirklich gehalten ist so gut ich muss die steuerung das sind ja altmodus und ja und es ist halt egal wie groß du bist leute töten macht auf jeden fall spaß ist ein spiel zu zeitvertreib und so weiter ja ich weiß jetzt nicht ob ich das wirklich ich weiß nicht ob ich das durchgehende player so zwischendurch mal macht oder ob ich das mal vorstellen wollte keine ahnung als einer der jetzt getötet hat okay jetzt hat der ich schon gehört ja ich hab dich verraten ja probotod auch mal wieder da das ist auch mal wieder im zweiten mal weil ja woher habe ich gerade bei mir zu besuch und ähm ok äh ne andersrums haa scheiße ich bin bei Fabio zu besuchen und ich wollte eigentlich nichts sagen aber ich konnte mir Sachen nicht vergleichen ja er sich die ganze zeit verspricht und ich will ihn eigentlich immer korrigieren und dann muss ich dann muss ich mein Lachen verkneifen und ich kann dann leider er will mich ein von die schluss ich es einfach weiter äh sind sind und ist gehen und 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 mit dem neuen in diesem Moment die vor allem später ganz ist es morgen ja mal ein und mein Gott einem Dom auf jeden Fall ein Video in die Top 10 so kommen ist eigentlich nicht schwer ich hatte zwar eingegreift der andere vorrech und er kommt raus nicht wenn er so dumm ist ich bin schon 1930,1500 alles klar es man nicht verrecken die die er sie können doch weiter in die Kommentare schreiben was ich für ein Spiel der auf dem soll ja er verreckt es leckt es übel die Frames hab ich 5 ja genau doch doch noch nicht ja ich nehme gerade und er richtig spieler gesagt haben und dann brauchen wir auch nicht machen Mönchengladen mit dem Jahr in der Artikel mit dem Jahr alt ich bin auch da ich bin auch auch das Bild und wenn ich das Opfer um bis zum Dom ein ich bin schon dumm, aber so dumm bin ich auch wieder nicht das wird nicht wahr Mann, wir verwecken das immer so, wenn ich alle eingreist Du den Turbo aktivierst und deaktiviert dann den Turbo Nein! Gleiche Werbung Scheiße Und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich und Fabi einen Kanal machen sollen, wo wir zusammen immer aufnehmen Chronix Genau, der soll dann zum Beispiel Chronix heißen, also eine Mischung, was Fotos und Chronix 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 So wie ich meine Survival-Welt genannt hab und ja Fabi spielst du uns eine Runde oder? Ja, eine Runde geht noch Ich mach dir gleich wieder groß in mich rein, wie der da Und er schaut ab und es sagt verdammt scheiße Ja Alter Ich hab sogar offline reflektoren Ich mach dir so einen Taumensrufe Ja, ich krieg ihn nicht ein Ja, okay Ich will Sorry, ich will das hier nicht so lange halten Deswegen würde ich sagen, ich beende es jetzt Ihr seht da unten rechts Ach ja, was ich nur sagen wollte, ihr seht da unten rechts mein Logo Wo ich auch das Video wenden kann und so Also cool Und hier gibt's halt noch verschiedene Skins, wo man auswählen kann Goodbye Hier von den Meistabonierten Youtuber Ja, wait Glaub ich Es wird noch fast auf den Held drückt, wenn ich es immer gefunden Ja, es kommt da oben Diesen da PewDieBuy, dann ist Googlegeplay Und Gelben Und Glock Den mag ich so sehr was so zu meinem Namen Phönixpass Weil irgendwie so Feuer ausschaut Auch wenn du nicht in Karls Keuer Ja 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 Und da würd ich mal sagen Sehen wir im nächsten Video Jeden Tag zwei Videos auf, indem ich schaffe Wenn ich dann überlege, ich würde nur ein Video jeden Tag rausbringen Auf jeden Fall er bringt nur zwei Videos in der Woche raus Ne, drei Zweimal Freitag Okay Ja Heißt wenn er so ein Video ist Und wenn ich dann solche Wochenende Chunk Wochenende Chunky seit Hätte über mich wobei gekauft werden Ich war meistens auch nur in Wochenende Ja und dann Sehen wir uns Beim nächsten Mal Wieder Bis gleich Ciao Bis gleich Hehehe